Und hier sind sie, die Bayern-Teams. Sie spielen mit den schwarzen Shirts. Sie sind bereits zweimal auf der Go-Peach-Tour auf dem Podest gestanden. Die Spielerin mit Nummer 1 ist 21, 1,77 m. Ist sie gross aus Puttu? Herzlich willkommen Sarah Lehmann! Die Spielerin mit Nummer 2 auf der Brust ist 23, 1,71 m gross. Ausordner Ines Ecker! Hier die Gegnerinnen, sie spielen in Weiss. 2013 waren sie Schweizer Meisterinnen hier in Gamm. Und in der vergangenen Saison gab es den Vize-Europameistertitel. Sie, meine Damen und Herren, ist 25 Jahre jung. Sie ist 1,76 m in Bern zu Hause. Begrüssen Sie mit mir Tanja Gorikanek. Ihre Kamerin, 23 Jahre jung. Sie ist 1,90 m ebenfalls in Bern zu Hause. Hier kommt Tanja Hümerli. Die Partie wird geleitet vom ersten Schiedsrichter aus Österreich, Martin Kärner. Und er wird unten assistiert von seinem Kollegen aus Cuba, Ernesto Navarro. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.